So, grüßt euch, ich bin der Markus. Ein kleines Statement dazu, warum ich so gerne am Chiemsee starte. Zum einen ist dieses Rennen einfach wunderbar organisiert, die Landschaft ist der Hammer. Also wenn man mal zwischendurch beim Radfahren vor allem Zeit hat, kann man mal gut rumschauen und das ist einfach wunderschön. Zum anderen ist einfach die Atmosphäre bei den Wechselszene-Rennen im Besonderen und am Chiemsee halt natürlich unglaublich toll. Die Veranstalter machen alles, um das Rennen halt so optimal wie möglich durchzuführen. Man merkt halt einfach, dass es familiärer ist als woanders, als vor allem auch bei den großen Rennen. Also man merkt, dass man als Athlet ein Individuum ist. Und deshalb, Leute, geht's zum Chiemsee, da habt's einen Spaß. Bis dann, wir sehen uns.